Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ordentlich eh, indem wir auch raussprechen können. Untertitelung. BR 2018 Aber man kann da einen Wunsch ankreuzeln, was einem am Schönsten ist, wenn ihr euch beteiligen wollt. Mit der Mama und Papa tragen soll. Also, es gibt ein bisschen... Ja, es gibt das Elfen und dann gibt es... Das ist ein bisschen... Es ist ein bisschen... Ja, der Poxikon, der Poxikon. Das ist ein bisschen... Das war's für heute. Das war's für heute. Meine Mutter hat mich vor 6 Minuten angerufen. Sie schellern. Ja, weil ich sie zuerst angerufen habe, weil sie geht immer nach der Szene. Hallo! Das ist ein aktiver Zlo. Ja, wir sitzen mit einem Schmerz hier wegen dem Hubsack. Ja, wir haben noch mal eingekauft, weil hier unser Essen ohne den Zinn hat, das ist nicht gelogen. Deswegen haben wir noch mal ein Ding eingekauft. Ja, ich habe noch mal eingekauft. Ja, ich habe noch mal eingekauft. Ja, eigentlich wollte ich mal die Kategorie am 1.00 Uhr angucken, aber am 1.00 Uhr am Kaffeepunkt sein, dass wir mal eine Pause machen. Ja, ich habe noch mal eine Pause gemacht. Ja, ich habe noch mal eine Pause gemacht. Ja, die sind in Berlin und gehen alle mit dem Gelegen. Sie hat sogar Luftfläschen an. Ich weiß es nicht, dass er so riesig war. Ich weiß es nicht, dass er so weit ist, dass er so weit ist, dass er so weit ist, dass er so weit ist. Ich weiß es nicht, dass er so weit ist, dass er so weit ist. Ich weiß es nicht, dass er so weit ist, dass er so weit ist. Ich weiß es nicht, dass er so weit ist. Ich weiß es nicht, dass er so weit ist. Ich weiß es nicht, dass er so weit ist, dass er so weit ist. Ich weiß es nicht, dass er so weit ist, dass er so weit ist. Ich weiß es nicht, dass er so weit ist, dass er so weit ist, dass er so weit ist. Vielen Dank. zu erkennen sind. Genau, vorhin bieten wir unseren Elefanten das Baden auch an. Einerseits natürlich, da wir die Tiere-Basen, damit die, wenn man endlich davon bekommt, wie der Rutsche über die Elfanten sich für die Schwerden im Wasser verweckt, und auch für die Elefanten, das wir zum Beispiel, die Menschen sehr angenehm, mit dem 4-tonnen Körpergewicht ein bisschen leichter auf den Knochen setzen, damit die bei den Baden wunderbar möglich ist. Sehr viel Wicht auf den Schuh-Effekt ist, aber das quasi bei den Baden, die Tiere sich einerseits reinigen, quasi eine Ausgutige, vor allem Sand, neben und herbewusst mit ihren Körperbelagen, quasi einweichen, und sich abwarten, und die eigene Körperflüge beginnt dann tatsächlich erst, die Elefanten das Wasser wieder verlassen, das können wir hier aufwarten, wir werden dann in die niederen Teile der Endanlage gehen und sich quasi richtig einsalten, mit Erde zu werfen, mit Leben zu werfen, und das dienende Elefanten hat sich für ein wunderbarer Hautschluss. Wir haben ja hier als Erste-Gefanten verstanden, hier als Erste-Gefanten verstanden, hier als Erste-Gefanten verstanden, hier als Erste-Gefanten verstanden, zum Regenweißverwunder, und ja, gerade als Regenweißverwunder, ist natürlich lustig, hier als Erste-Gefanten. das ist ein sehr süßeses Mal. Das ist ein sehr süßes Mal. Die Erste-Gefanten hat ein sehr süßes Mal. Die Erste-Gefanten haben aber auch aufgeziehen, gerade hinter dem Ohr, unterhalb der Beine, die auch sehr, sehr weise und sehr dünne ist. Die Kranchen und denen sind ja sehr herzlichen Regenwänden, neben den Regenwaltkampusaten. Und die kommen natürlich mit der solikartischen Kreis zu werden, was natürlich in unseren Kreisen doch etwas anderes ist. Anders ist gerade in den Kranchen, also die mit diesem Sand zu nehmen, und die auch hier in Ordnung gehen, die in den Kranchen und den Kranchen. Sie können ja gerade probieren, dass sie dann ein bisschen Äpfel bekommen, dass sie mehr oder weniger, ja, ein bisschen das Anschluss sind, dass heute die Elefante auch gequält ins Wasser geben, das heißt, uns von jedem Bekannten, jetzt Äpfel, Mürren, und jetzt nochmal hier in den Oberkappen, mit dem Boden legen hier, das kann man nicht so wohl werden, besitzen. Die haut gleich ab. Nein, sitzen bleiben hier. Nein, sitzen bleiben. Hier ist auch die Oma warm. Kann ich mal gucken. Bist du hier raus, oder? Ach so, ich muss jetzt nicht fragen, ob diese Lanken weiterlaufen. Der hat hier auch. Der guckt. Wie laut haben das gerade? Das war der Kleine in der Fall, ne? Gesundheit. Tusa ist doch toll. Wie läuft das? Wie läuft das? Jetzt weißt das. Das klingt auch eher so lustig. Das klingt. Auch. Ja, 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 ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Bye. ... 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